Welche Alternativen zu einer Hüftprothese gibt es eigentlich? Da die Arthrose eine sehr weit verbreitete Erkrankung ist, leiden sehr viele Patienten darunter. Dies führt natürlich auch dazu, dass es eine Unmenge an Therapieangeboten auf diesem Bereich gibt, wobei wir da unterscheiden dürfen zwischen wissenschaftlich Gesicherten und Nicht-Gesicherten, weil sie einfach wissenschaftlich nicht untersucht sind. Unter den wissenschaftlich Gesicherten können wir sagen, wir können das Gelenk zum einen mit Schmerzmitteln behandeln, dadurch die Entzündung im Gelenk wieder reduzieren und die Schmerzen nehmen. Eine weitere Möglichkeit besteht in einer ganz einfachen mechanischen, indem wir Ihnen einen Pufferabsatz in den Schuh einbauen. Das heißt, Sie laufen wie auf einer Wolke und das Gelenk erhält weniger Stoß- und Schlagbelastungen, was sich auch hier wieder günstig auswirkt. Eine dritte Möglichkeit besteht in der Behandlung des Gelenkes mit Hyaluronsäure. Die Behandlung mit der Hyaluronsäure sieht so aus, dass wir mit einer dünnen Nadel in das Gelenk hineinstechen. Damit können wir diesen Wirkstoff an den Ort bringen, wo er auch wirkt und benötigt wird. Dies ist beispielsweise ganz einfach ambulant in einer örtlichen Betäubung möglich. Darüber hinaus ist mir wichtig, Ihnen zu sagen, dass der Einbau einer Endoprothese immer eine Einzelfallentscheidung darstellt. Ich habe viele Patienten, die im Röntgenbild eine katastrophale Arthrose haben, aber letztendlich keinerlei Beschwerden davon. Diesen Patienten würde ich nie zur Implantation einer Hüftprothese raten. Wichtig ist es hier, dass es darum geht, Ihnen die Beschwerden mit zu einer Operation zu nehmen und die auch nur dann sinnvoll ist, wenn überhaupt Beschwerden vorhanden sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020